Musik Oh, war das Auto schnell. Ja, und der Traktor ist voll langsam. Hm, aber wie schnell ist der eigentlich? Der Traktor legt in gleichen Zeiten gleiche Wege zurück. Dann kann man die Geschwindigkeit berechnen. Man rechnet den Weg, zum Beispiel die 50 zurückgelegten Meter, durch die dafür benötigte Zeit, zum Beispiel 10 Sekunden. Das ergibt dann 5 Meter pro Sekunde. Umgerechnet ergibt es dann 18 kmh. Ah, okay, woher weißt du sowas? Ja, woher weißt du sowas? Das hatten wir letzte Woche im Physikunterricht. Oh, schaut mal, der Bus kommt. Musik 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 Musik